So, da sind wir wieder bei Let's Adventure Your Minecraft Part 64. Wir haben jetzt 1-Stacks-Adventures sozusagen, bis darauf, dass Part 1 eigentlich fehlt, weil ich den rausnehmen musste, weil der Ersteller sich beschwert hatte. Heute spielen wir auf jeden Fall die Map von L.P. Achim. Und die Map heißt Die Reise ins Ungewisse. Mehr weiß ich noch nicht. Da stehen ein paar Schilder. Info-Text lesen. Du hast von dem Code geträumt. Hier sind es Ungewisse Alpha 1.1, MC Beta 1.8. Ja, es sind schon ein paar Wesen später dran, aber die Map geht ja immer noch. Also spielen wir sie, würde ich mal sagen. Und das machen wir als erstes aus. Ich habe wieder meinen alten Skin rein, weil Weihnachten ja vorbei ist und so. Und hier ist die Info-Text. Willkommen auf meiner ersten Adventure-Map. Installation. Habe ich schon. Infos. Die Slime-Balls und deine Punkte. Diese Map darf auch für kommerzielle Zwecke, für Videos oder Beiträge genutzt werden, mit der Bedingung, dass die Quelle angegeben werden muss. Dies ist nur eine Alpha-Version, deswegen können Rechtschreibfehler vorkommen. Och Gott, wie ernst gemacht. Ich hoffe, dass trotzdem alles verständlich ist. Es besteht kein Zusammenhang mit gleichnamigen Filmen. Ich habe erst nach der Fertigstellung erfahren, dass es schon einen Film gibt, der diesen Titel trägt. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Falls jemand ein Review, ein Let's Play oder sonst was über diese Map erstellt hat, würde ich das gerne erfahren. Ja. Regeln. Du darfst Peaceful spielen. Du darfst nichts abbauen, außer Keys. Du darfst auch nichts abbauen, was du selber platziert hast. Du darfst nichts platzieren, außer Knöpfe und Schalter, die nur an Goldblöcken platziert werden dürfen. Du darfst nur Gegenstände aus Kisten benutzen. Du musst den Schildern immer folgen. Keine Cheats. Fliegen ist verboten. Dies ist ein Adventure-Map für Minecraft 1.8. Du darfst also nur Auktionen ausfüllen, die in dieser Version möglich sind. Das heißt auch, dass Sprinten erlaubt und sogar zum Teil nötig ist. Versuch nicht, Schlüpflöcher zu finden oder die Regeln zu umgehen. Empfehlungen. Grafik auf Fahrstelle. Rindert ist nach Normal. Smooth Lighting on. Grafikempfehlungen. Kein besonderes Textur-Impact-Nützen. Doch. Ähm. Story. Du warst einer von drei Forschern, die sich ein kleines Haus auf einem einsamen Kontinent bauen lassen haben. Was? Die sich ein kleines Haus auf einem einsamen Kontinent bauen lassen haben. Das ist kein gutes Deutsch. Ihr wart komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Nur einmal kam ein Flugzeug vorbei, um Vorräte zu liefern. Ihr forschtet gemeinsam auf dem Kontinent, immer auf der Suche nach dem großen Fund. Forschtet? Nicht ihr habt geforscht? Gibt das Wort forschtet? Nein. Egal. Eines Tages verschwanden deine zwei Freunde auf mysteriöse Art und Weise und du beschließt trotzdem weiterzumachen. Und hier beginnt deine Geschichte. Du begibst dich in die Mine, um den Gang zu suchen, in dem die zwei anderen Forscher verschwunden sind. Du findest einen verschütteten Gang, als du ihn freilegst, siehst du, dass deine Freunde lebensgefährliche Rätsel gestoßen sind. Auf lebensgefährliche Rätsel mit Z geschrieben. Oh Gott. Ähm. Du fragst dich, von wem sind die Rätsel? Sind meine Kollegen hieran gestorben? Was wartet am Ende dieser Rätsel? Soll ich es wirklich wagen? Viel Spaß. So. 2589. Ich notier's mir mal hier drüben. Opa. Was? 2589. 2589. So. Da ist nix. Da sind Slimeballs. Goldäpfel und Schinken. Lecker. Oh, nach so einem Urlaub macht du lecker Schinken schon wieder einiges. Ach Gott. Man kann das Zeug auch nicht nebeneinander in die Kiste sortieren. Unordentlich so mensch. Aber wenn wir nicht sind in Diamantrüstung, sterben wir nicht so schnell. Kies darf ich ja wegraben, deswegen wahrscheinlich die Diamantschowel. Schoweln wir uns mal einiges rein. So, was bist du? Oh, eine Slimeball-Kiste. Graf, wie viele Stacks Slimeballs habe ich denn am Ende, wenn ich jetzt schon so viele habe? Ich habe noch nicht mal das Haus verlassen. Und noch mehr. Und noch mehr. Ähm. Ähm. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich brauche einen Schalter. Ist hier unten Kies gewesen? Nein, aber ein Knopf. Der nichts macht. Von wegen nichts. Der hat irgendwas gemacht. Nur mit starker Verzögerung. Dann schauen wir doch gleich, was der Knopf gemacht hat. Als erstes will ich allerdings noch die Öfen so ein bisschen durchgucken. So. So. So aus, als hat sich der Block bewegt. Nö, ich höre nur was, aber sehe nichts. Ist nicht hinter den Türen, oder? Ähä? Ja, wie tief. Machst du was? Machst du was? Ähm. Es gibt es ja nicht, dass ich schon im ersten Haus hängen bleibe. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir den Schalter craften muss, aber dann hätte ich ja einen Stein. Und kriegen tue ich hier nichts, weil die kann ich ja nicht öffnen. Und in der Decke ist auch nichts. Und. Da kann ich auch nirgends durch. Und da ist nur ein Knopf, der irgendein Pistollgeräusch verursacht. Guck mal. Machst der Knopf leicht, dass oben irgendwas... Ah, Gott, 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 Gott. Das muss man auch mal erst rausfinden. Dass der Knopf... Aha. Ein Knopf. Aber es ist eine lustige Idee, auf jeden Fall. Weil ich hab's ja noch rausgefunden, zum Glück. War ja schon voll am Verzweifeln im Haus. So. Ähm. Aha. Eine kleine Stadt. Wahrscheinlich da, wo wir mit dem Vorschein gewohnt haben. Wenn ich da reinfalle, komme ich auf jeden Fall nicht mehr raus. Deswegen gucke ich mich erstmal hier in der Stadt um. Schau erstmal, was so in den Häusern ist. Denn es ist mir eine riesige Glaswand. Wahrscheinlich ist aber deswegen die Grandestanz runterstellen. Distanz. Wie man auf Englisch sagen würde. So. Da sind nur Schleimbälle drin. Und da drüben würde ich sagen, da sind auch nur Schleimbälle drin. Höh. Oh nein. Wie unerwartet. Ja. So. Dann. Dahinten ist ein Turm. Habe ich schon erspäht. Da ist eine Kiste. Bevor wieder eine Million Kommentare kommen. Und du hast die Kiste da bei zwölf. Also bei Kronke ist es... Ey, du hast eine Kiste übersehen. Und da ist bei mir ist es halt... Ey, du hast eine Kiste übersehen. Und da ist ein Goldblüfte. Ne, ne. Achso. Muss klänzt sich zu stehen. Was mich irgendwo hinführen soll, aber ich bin viel zu langsam. Ich habe nicht auf Fiesfolge spielt, wie ich merke. Hm. Das... Äh. So. Sieht aus wie neu. Die Kiste war da schon. Offen. Jetzt hat keiner gesehen, dass ich da irgendwas kaputt gemacht habe oder so. Huch. Wollte ich hier runter? Ich weiß es nicht. Fail. Tipp. Folge dem Licht. Fail. Ich bin nachbauen von dem Licht umgesehen. Kies, 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 Kies. Entschuldigung, Fackel. Wollte ich dich nicht abschlagen. Oh nein. Ich habe die Map gebrochen. Ich habe eine Fackel abgeschlagen. Wo ich das nicht darf. Toll. Durch den Feld finde ich tausend Trillionen Schleimwälle und Ertrinke dabei. Ähm. Ich glaube, man Ertrinke sogar zu Angstweise, wenn man runtergeht. Nö, man Ertrinke nur ganz langsam. Na wenigstens. Lalalala. Lalalala. Ja, wir ertrinken gerade. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt gehen wir erst da runter. Und dann zack, 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 zack. Und schwimmen wieder langsam hoch. Oder machen wir einfach so. Wie? Niemand hat was gesehen. Was? Was? Ich habe nichts mitbekommen. War irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. So. Wir rennen den Gang lang. Rennen hier um die Ecke. Sind das da also so. Mep. 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 So ein bisschen Slimebolts ist. Haben schon unsere erste Stack voll. Und zack, gehen hier runter. Wie? Wui. Dort ist ein Vollblock. Ein Minecraft und eine Kiste. Wo nur wieder mehr Slimebolts drin sind. Und zack, man sollte vielleicht mit der Score nicht so stark übertreiben. Als konstruktive Kritik. Ein Gang. Hm, wenn das mit WorldEdit gemacht wird, dann hat das Ganze zwei Sekunden gedauert. So. Ähm, eine Mine. Aha. Oder sieht zumindest aus wie eine Mine. Boah. Muss es da noch durchlaufen. Meine schönen Haare. Werden hier voll mit Spinnennetzen. Mh. So kann man natürlich auch nicht als Menschen mit strecken. Nehmen wir einfach überall Spinnennetze rein platziert. Also das ist jetzt nicht negativ auf die Merke. Ich meine, so ein paar stören ja nicht. Aber wenn man halt sagen, wir sind ganzen Raum vollmacht. Sagt dann, ja, geh mal da durch. Ne. So, wir graben uns einfach gerade hier durch. In der Hoffnung mal irgendwo anzukommen. Außer in einem weiteren Gang voller Kies. Aber momentan sieht es so aus, als würden wir noch eine Weile durch Kies graben. Sehr interessant auf jeden Fall schon. Oh. Ein Jumpen-Ranraum, wo ich Kies wegraben darf. Was steht da? Hm. Alle Sprünge wurden getestet. Ja, super. Besonders der nach unten. Von mir. Ist zombie-erproved. Das heißt, alle Sprünge wurden getestet. Wahrscheinlich sind hier wieder so ein paar kackunmögliche Sprünge. Wirf hier Kies hinein. Du hast dann genau fünf Minuten. Fünf Minuten, um da durchzuklettern, oder was? Das ist nicht ein bisschen viel? Ach, egal. Ach, komm. Ich bin geflogen. Ich bin ein Schmetterling. Ein hübscher Schmetterling, aber bitte. Hey, Moment. Ich hab da an der Wand was gesehen. Da. Seht ihr? Kies. Und Kies heißt Geld. Nein. Ich darf den wegraben, heißt es. Und wenn wir es wegraben, dann stellt mich der Stöck in der Decke immer noch. Also da ist ein Stein gerade über mir. Und der drückt immer stark gegen meinen Kopf, dass ich nicht gescheit springen kann. Ja, und dann renne ich einfach zu weit, weil ich überhaupt nicht mehr gewöhnt bin, Minecraft zu spielen. Ja, jedes Mal hast du neue Ausreden. Jetzt, wo es nicht mehr leckt, da, da, da sagst du dann, dass deine Festplatte, äh, was, äh, dass das ein Stein unter deinem Kopf ist. Ja, ja. Das nervt mich ziemlich, dass ich zu dumm bin für diesen Sprung. Und dass ein Kabel die ganze inzwischen. Meine Hände da rumwuselt. Das vom Mikrofon. Wahrscheinlich bin ich jetzt leiser, weil ich mit dem Mikrofon gerade weiter weggeschoben habe. Aber hey, ich bin schon wieder reingefallen. Ey, ich glaube, die fünf Minuten brauche ich ja wirklich noch, wegen diesem Einsprung. Ja, schaffe ich gar nichts mehr. Oh mein Gott, diese Map, sie frisst meinen Skill. Deswegen sind die Forscher gestorben, weil die alle ihren Skill verloren haben. Skill. Skill, Skill. Boah, wie du mich diese Decke ankotzt. Ich probiere es von hier. Hopp. Oder auch nicht. Dann probiere ich es nochmal von hier vielleicht. Was ist, wenn ich das in der Zeit nicht schaffe? Bin ich dann verdammt tot? Wieso bin ich besser, wenn ich es von hier versuche, irgendwie so, als wenn ich es von dem Einzelnen da probiere? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. So. Zack. Zack. Was war das? Das habe ich noch. Ein neuer Bug in Minecraft, oder? Ich meine, ich schluss euch an, ich glitsche in dem einen Block drin. Normalerweise konnte man früh zum Ecken gehen. Egal, ich glaube, es geschafft. Ist mir jetzt egal, was hier macht. So, da ist ein bisschen Slime-Bolls. Zack, 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 zack. Na ja, die Diamantrüstung hält auf jeden Fall einiges aus. Alle Sprengungen wurden getestet. Ja, warum steht es denn überall, als wäre ich zu behindert? Ja, gut, ich bin runtergefallen. Bla, 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 Mr. Finger. So, zack, noch mehr Slime-Bolls, natürlich. Hey, gib mir gleich 20 Stacks Slime-Bolls am besten. So, zack, und zack, das ging ja. Langsam kriegen wir es hin. Ein Geheimdang hat sich da oben geöffnet, glaube ich. Oder ein Durchgang auf jeden Fall. Eine leere Kiste. Na gut, dann hat es keine Slime-Bolls für mich. Alle Sprünge wurden getestet. Jetzt musst du doch nicht wirklich hinschreiben. Bei einer guten Map sollte man sich sicher sein, dass alle Sprünge gehen. Sonst gäbe es denn wirklich Menschen, die so denken, äh, der Sprung geht nicht, der hat das nicht überprüft. Schreib es am Anfang einmal hin. Ja, ich habe die Map selber gespielt, alles ist möglich. Und gut, aber schreib es doch nicht tausendmal hin. Jetzt nimmt ja die Rollplay-Party voll raus und so. Dann denkt man sich ja nur, okay, jetzt getestet, okay, jetzt getestet. Wer, die Forscher? Nein, die sind ja tot. Wer dann? Man weiß es nicht. Ah, das habe ich weggeschaufelt. Das ist cool gemacht, dass man was wegschaufeln muss, um weiter zu springen. Und dass die Schilder das festhalten. Das habe ich nämlich erst gar nicht gecheckt. Ich glaube, dafür bin ich, ich sagte, dafür bin ich zu, nicht zu doof. Also ich schaffe es natürlich voll beim dritten Versuch oder so schon. Und dieses Spinnen, der zählt mich eklig fest. Äh, wie mache ich das denn am besten? Sprinten? Nee, ich kann gar nicht sprinten wegen der Wand. Weil wenn ich die Wand berühre, sprinte ich nicht mehr. Oder? Jetzt geht's. Hm, egal. Ja. Boah, wie will ich mich diese Spinnennetze ankotzen? Und dass ich immer wieder dort von vorne anfangen muss. Was, die Sprünge gehen, sieht man ja selbst, glaube ich. Aber sind nur nervig aufgebaut. Wahrscheinlich hatten alle, die es getestet hatten, keine Lust mehr auf die Sprünge. Und haben immer gemeint, ja, die gehen nicht. Was war das denn? Ist das jetzt ein Kästchensprung? Bäh, es ist widerlich. Die sind echt widerlich gebaut, die Sprünge. Ich hasse Sprünge, wo man keinen Platz im Kopf hat. Ich bin so schlecht im Minecraft. Wieso spiele ich überhaupt Minecraft, wenn ich es eh nicht kann? Dank des Skis. Schaue ich gleich nach. 103 mal 100, 300. Das ist sowieso im Minusbereich, muss es sein. Das ist gut. Wir haben es einfach geschafft schon. Und schauen noch mal, was hier ist. So, da ist noch ein bisschen ein paar Slimebols. Die müssen wir doch auch noch mitnehmen. So, alles muss mit. Slimebols, Hähnchenkeule, Minecart. Vollgas! Aua! Mit unserem Kopf haben wir voll durch ein Gitter gefahren. Ja, die kann ich jetzt auch so schnell da rausnehmen, die Slimebols. Natürlich. Pass auf, ich habe Blöcke, aber aus jeder Block kann entscheiden sein. Viel Glück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und jetzt habe ich den da rausnehmen. Ich habe, das ist aber Sirenen. Und wir den aufholen. Fuck! Hat er eigentlich den hier niedriger? Egal. Aaaaah! Zu hoch? Eklig. Ich wollte jetzt nicht durchschwimmen. so haben wir auch geschafft irgendwie halt so zwischendrin mit so das ist schön aufgebaut zumindest musste suche alle zehn schalter platziere sie an den goldblöcken stelle dann den zahlencode ein wie zehn schalter die das hier im raum versteckt oder was also im wasserfall drin die glockte drüben um das kies cool das ist ein größter okay am rechten vielleicht nochmals hießen gar nichts wo sind die bitte schalter versteckt kommt es um das zu doof der jeden einzelnen hohe zu schulen nein 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 da unten drin ist auch nix da unten drin ist was nein was könnte hier nur drin sind wenn jetzt nicht jeder kiste slime ball sind dann was ist das denn für ein score der in so massenweise auf leib gepresst wird sollte man eine ketchupfabrik und ketchup als score nehmen kann das als beispiel als Ketchupfabrik eingefallen mach lieber goldball aber versteckt sie selten lassen noch maximal vielleicht 20 Goldball oder so die man wirklich bezugte so Todesflüge und es ist ja doch nicht 15 6 1 holz doch gut gut mehr vergesst und auf obend zack zack 1 2 3 die 6 7 8 9 10 die 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 sich das schon verloren ich den Scheiter falsch gesetzt habe aus Versehen so 2 5 9 den Blühlen das Garten 3 sie sie ste hier frage eine season gerade das das ist mir bewusst so meine mystik aus mach ich das dann am besten jetzt bei dem grünchen kreis jemand zwei wochen nicht gezockt habe war zumindest nicht so habe ich einfach noch mal gesprochen und durch geht auf dem goldblock noch mal sprechen zu entspannen ein Fahrstuhl hallo Welt das ist ein bisschen zu oben verstecken kann das aber nicht ha ich hab's kaputt gemacht und die Republik Ende glaube ich schon erstens Wasser springen Ende vielen Dank für das Spiel meines ersten Adventures blablablablabla unter 64 volles auf blindfisch ein stick knappe zwei stacks vier stack magmeister tester lp-8 die im jukupen ja natürlich hat er selber die mit getestet die person die namen der personen herzlich bedanken möchte stehen auf der anderen seite vielen dank sich krepper skin ist übrigens der beweis dafür von jedem m lp-8 die man nicht sagen alles erledigt da die zombie-version gespielt hast komm hier ein extra sparen schlicht tötet er mich jetzt noch das ist das ist das genialste was ich je gesehen habe erstellt von lp 8 das ist ein adventure map für zombie vielen dank fürs spiele solche geilen credits habe ich noch nie in der adventure map gesehen das ist ziemlich dunkel der eine fackel ist das sind zu ziehen so zum schon ein bisschen licht dann holen wir uns einsteck tt geben der map ein einfach 10 wenn ihr eine andere meinung habt dann habt ihr eine andere meinung hier habt ihr ein schönes c kriegt doch eine das tnt kriegt also das c tnt kriegt doch eine redstone fackel und dann sage ich heißt es wieder auf jeden fall zum nächsten mal euer zombie wenn es heißt wieder letzter adventure im kopf alles durcheinander bringen oh eine höhle wo was ist das denn oh mein gott